6 Stunden Workout, so hart trainierte Gelgadot für Wonder Woman knapp 6 Stunden Workout, 2 Stunden Fitnessstudio, 2 Stunden Kampfsporttraining und 1,5 Stunden Reiten, das war ein halbes Jahr lang das tägliche Programm von Gelgadot. 35, bevor die Dreharbeiten zu Wonder Woman 1984 los, das verriet die 35-Jährige im Interview mit der Bild-Zeitung. Das war auf jeden Fall erschöpfend und ich muss zugeben, dass ich während meiner Trainingszeit jeden Tag vollkommen am Ende war, erinnert sich die Schauspieler sie habe auch so hart trainiert, weil die Rolle so ikonisch und stark ist und sie eine gewisse Verantwortung gespürt habe, ich durfte nicht schwach aussehen, weil das auf der Leinwand überhaupt nicht gut trübe der ganze Auffang und die Schmerzen hätten sich aber auf jeden Fall total gelohnt. Dadurch den roten Drill im Vorfeld seien ihr die Stars auch einfacher gefallen, auch wenn diese teilweise sehr schlauchend gewesen seien, so habe sie die Szenen mehr genießen können. Auf der emotionalen Ebene habe sie im Vergleich dazu keine großen Schwierigkeiten. Ihre Kollegen und Regisseurin Patty Jenkins, 49, hätten ihr bei den schwierigeren Szenen ohnehin mit Rat und Tat zur Seite gehalten. Die Szenen ohnehin mit Rat und Tat und Tat und Tat. Die Szenen ohnehin mit Rat und Tat. Die Szenen ohnehin mit Rat und Tat.